Ich zeige euch jetzt mal die alten FIFA-Zeiten, Freunde, okay? 219.000 Aufrufe, FIFA 13. Guck mal, ich bin ein Uhrgestein. Wir haben jetzt den 22.09.2020. Guck mal, guck mal, wie ich mich noch gehalten habe, Leute. Innerhalb von sieben Jahren, immer noch am Start, ihr feiert mich immer noch. Uhrgestein. Was? Jimmy Banana? Ah, das soll man spitzen anfressen. Mein Name ist Jimmy Banana. Was geht ab, Freunde? Jimmy Banana von FIFA. Jimmy Banana. Scheiße. BBVA, BBC. Ramos! Ramos! Wer war von euch noch dabei? Bitte nicht lügen. Oh, ich habe meine Mathe-Nachprüfung. Da habe ich meine Mathe-Nachprüfung gehabt. Ich habe in der Abiturprüfung eine 5- geschrieben. Eine 5- und bei der Nachprüfung habe ich eine 2-plus mündlich bekommen, weil der Lehrer so korrekt war und meinte, ey Jungs, ihr habt so eine schwere Mathe-Abi-Klausur bekommen. Ich gebe euch den einfachsten Test, den ihr wollt. So, und der hat uns dann vorher gesagt, was drinne vorkommt, alles mögliche, der hat uns geholfen, einfach 2-plus bekommen. Ein Monat später ist mein Lehrer leider verstorben. Wirklich, grüße gehen raus, Alter, wirklich. Der hat mir damals so den Arsch gerettet. Ohne den Lehrer hätte ich kein Abitur bekommen, ohne Scheiß. Ja, sehr schade, das war so ein korrekter Lehrer, er ist leider gestorben. Digga, wir sehen die Packs aus. Bruder, das waren früher FIFA-Videos. Einfach uncut, ne, no front, so wie das FIFA-Gaming jetzt gerade gemacht hat. Und einfach ein bisschen Musik rein, Nosepack hier, Arschpack da. Man öffnet nur 10, 7 Fünfer-Sets, man gibt kein Geld aus für dieses Spiel. So war FIFA damals, entspannt. So, und dann kam auf einmal, alle müssen Geld reinballern, alle ballern rein, 1000 Euro. Nee, komm, dieses Jahr 5000, nee, komm, dieses Jahr mach mal 50.000 rein in das Spiel. Und dann, ja, ziehen natürlich, sie müssten alle mitziehen. Nee, weil bei denen gibt's dann ja bessere Sachen zu sehen. Und so hat sich das entwickelt. Und früher war ich noch auf der Xbox unterwegs. Ich weiß auch nicht, was da los war mit mir. Mit der Nase habe ich jetzt mittlerweile auch erfahren. Und nicht, äh, No-Look-Pack. No-Look-Pack, was? Nosepack? Ey, aber hab ich das gerade ernst gemeint? Ich meinte gerade, Nosepack ist mit Nase? Ist mit No-Look-Pack, was? Digga, ohne Overlay gar nix, Leute. Gar nix. Wisst ihr, womit ich aufgenommen habe? Ich erzähl euch das mal. Ich hab aufgenommen mit meinem damaligen Samsung-Handy. Ich hatte früher nicht mal Apple gehabt. Ich war früher verkehrte Welt. Heute bin ich Playstation, kein Xbox. Heute bin ich iPhone, kein Samsung. Früher umgekehrt. Ich weiß nicht, was da los war. Ich hab meinem alten Samsung aufgenommen, Selfie-Kamera, kein Mikro, gar nix. Mal starten jetzt mit unserem ersten Pack. Und? Guck mal. Endlich mal ein seltener Spieler. Das ist gerade zu lustig. Wir müssen uns das Video reinziehen, Alter. Das müssen wir uns reinziehen hier. Digga, guck mal, einfach ankert. Ach, Corona, da war der doch. Bruder, früher war Corona Torwart. Der war früher Torwart. Das ist aber nicht derselbe Spieler, oder? Schon damals Corona gezogen. Siehst du, ich hab's prophezeit, Alter. Das ist ja nicht mehr warm, das ist... Das ist ja nicht mehr warm, das ist... Ja, 25, 30 Grad, der perfekt, aber nicht hier, äh... 36, 37, also viel zu warm. So, jetzt kommt unser zweites Pack. Es ist viel zu warm. Ich tauschstapel. Nein, ey, ich hab mal... Ich hab gedacht, erst mal diese... Keine Hoffnung, Stimme hat Sergio Ramos, aber... Da stand irgendwas anderes. Sergio... Gar... Boah, lol, Shiba noch vom BVB, Alter. Saihi... Shiba einfach am Start. Alter, die Spieler hatten sogar Formationskarten noch dabei. Ich hab kein seltener Spieler dabei. Tauschstapel, ich verbrauch's Objektstapel ist voll. Dann tun wir's einfach auf den Tauschstapel. Digga, du warst ja früher voll der Kampfkoloss. Digga, weißt du, wie breitig ich früher war? Früher war ich Tier. Objekt einlösen. Objekt einlösen. Na, ich mach ein bisschen lauter. Lass uns das Video reinziehen. Digga, ich denk mir grad... Guck mal, ich zeig euch, wie ich hier alles abstoße und so. Das wird heutzutage niemals kommen. 325, das heißt, wir können noch zwei Packs ziehen und dann den Rest werd ich mit den Münzen öffnen. Ich kann noch drei Packs mit Münzen öffnen. Ne, vier soll da. Vier mit Münzen werd ich danach noch öffnen. Ich kann noch drei Packs öffnen, Leute. Drei Packs. Ich will einen Team-of-the-Season-Spieler, meine Güte. Das Lied war nicht in FIFA, das war Weißton. Formationskarten waren so ekelhaft, ne? Ja, Benzema ist gut. Das wussten die meisten gar nicht. Früher hatten die Spieler Formation. Zum Beispiel, ich hab Ronaldo. Der hat die Formation 3-5-2. Dann kann ich den nicht in meinem Team spielen lassen, wenn ich eine 4-3-3-Formation habe. Dann musste man sich extra Formationskarten kaufen. Das war früher so ekelhaft. Wie glatt! Wie alt ich da war? Ich war 19. Jetzt bin ich 25. Sechs Jahre ist das ja. Bring uns Glück, Benzema. Komm jetzt! Ja, ich wusste schon damals, wie ich die Werbung schalte, Leute. Genau so. Das ist geil anzuschauen, weil es Erinnerung bleibt. Ich hab das Video so lange nicht mehr gesehen. Wir werden uns das auf jeden Fall safe jetzt komplett reinziehen. Moreno, Moreno. Ja, es glitzert, es glänzt wieder nicht, ey. Aber ich hab mich doch kaum verändert. Sieht eigentlich gleich aus. Freunde, Freunde, Freunde. Habt ihr eigentlich schon was Gutes gezogen? Oder ein Team of the Season-Spieler würde mich mal interessieren, ob einer vielleicht sogar schon Ronaldo, Messi oder Ramos gezogen hat? Ja, man, enge Rausse war immer teuer, ne? Das sieht scheiße aus wegen dem Schatten. Das können wir nicht gebrauchen. Den Rest werden wir ablegen. Boah, diese Soundgeräusche. Digga, wer ist da auf den Karten abgebildet? Früher noch... Komm, 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 komm. Go, go, go. Ich kenn diese Namen alle gar nicht. Guck mal, da glänzt einfach keiner. Tja. Meiner, das sind alle nur so Dickköpfe dabei, die man gar nicht kennt. Ein Soldat, so war das? Ich tue einfach Verträge auf den Tauschstapel, Alter. Ey, Leute, daran merkt ihr, dass ich da wirklich ein Abiturient war, sagen wir mal so. Und ich hatte... Wisst ihr, wer ich da auf meinem Konto hatte? 100 Euro. 100 Euro. Da habe ich mein erstes Geld mit YouTube verdient. Habe ich euch ja erzählt. 15 Euro habe ich mit meiner ersten YouTube-Aufzahlung verdient. Ich habe meinen zwei Klassenkameraden Essen ausgegeben. 5 Euro bei Mr. Funk. Deshalb ist dieser Laden Mr. Funk, wo ich immer asiatisch essen gehe, Düsseldorf, für mich ein Laden, wo ich viele Erinnerungen habe, weil ich da mein erstes Essen von meinem eigenen YouTube-Gehalt gekauft habe. Guck mal, ich habe früher FIFA-Points gekauft. Und dann... Oh nein, wir können von Peck mit Michael... Okay, da muss ich mit den Points ziehen. Komm, mit der Nase. Wisst ihr, wie viel Geld das für mich war damals? Ich habe damals FIFA 13... Ich hatte auf meinem Konto 100 Euro und ich habe für 20 Euro Packs geöffnet. Das hat so wehgetan. Wirklich, das hat innerlich so wehgetan einfach. Das war einfach hart. Das hat unnormal wehgetan. Like Ibra Kadabra. Ibrahimovic mit der Nase. Öffnet er das Pack. Ibrahimovic. Und was haben wir drin? Oh, Kontrales. Kontrales. Was war das? Oh, es glänzt sogar, Alter, aber ein Silberspieler. Öh, Keziru. Der lacht auch immer. Keziru. Ich habe hier einen griechischen Spieler gezogen, aus der griechischen Liga, doch leider haben wir uns hier... Ach geil, kommt aus Chile, ich sage Grieche. Weiter hier zum Glück verholfen, sondern... Ja, noch Weißspieler haben wir hier. Ja, man kennt ja noch Akbon Lauer. Damals Wager-Matches um eine Million Coins, ja, Mann. Das stimmt. Und jetzt 10.000... Ich habe noch nie einen guten Spieler gezogen. So, wir haben jetzt noch 27.000 Münzen, das heißt... Oh mein Gott, guck mal, Ronaldinho in Form hier. 85er, der. Alter, guck mal, ich musste sogar noch zählen, wie viel Dinger ich gezogen habe hier. Hart. 7.500, 7.500... Ich mache wieder ein bisschen den Bunker zu, Leute. Ich habe kein Mockets mehr zu diskutieren hier, Mann. So, hier haben wir drauf. Oxlade, Cembalade! Oxlade, Cembalade, Digga, damals schon drauf gewinnen. Noch bei Arsenal damals. Go, 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 go! Danze! Ach, schade, dass kein Bundesliga-Team auch für Sie mehr da ist. Dann hätten wir jetzt hier... Guck mal, früher habe ich mich noch immer an Dante 81er gefreut, Leute. Heute bin ich in das Garten. Moses! Das war doch der, der übers Wasser gegangen ist, oder, Moses? Ja, 4 Sterne-Skiller, RA. Den kann man eigentlich gebrauchen, aber... RA? Rechtsaußen, RA. Ja, der Erwazy mit dem Schnurrbart. Wunderschön. McCree, oh. Da ist die, keine Ahnung, was. Voll die Hübsche. Voll die Hübsche. Digga, ich war voll der Sweetie Sonnyboy, Alter. Ich denke natürlich alle dazu. Digga, guck mal, wie überfordert ich war. Die Hübsche gefällt mir, aber wir haben bessere Fikus. Jetzt denke ich mir gerade, scheiße. Ablegen, ablegen. Oh, Freunde, das heißt noch... Noch wie viele Packs? Noch zwei oder drei Packs? Oh, sogar Messi war da mit drauf. Ja, ich denke mal, drei werden es sein. Drei. Wir haben jetzt noch 20.300 Münzen. Jakub Blazikowski, bring uns mal bitte Glück. Sogar mit Münzen musste ich damals Packs erfüllen, Alter. Mit Münzen. Boah, guck mal, was für ein Bizeps. Stopp. Hier, ohne anzuspannen. Jetzt, wenn ich es so mache, guck mal hier. Gar nichts. Und da, ohne anzuspannen, war so. Gestört. Ich weiß gar nicht, ob in diesem Video Neymar kam. Aber Titel heißt ja Top-Spieler. Mein Gott, ey. Warum glitzert da nichts? Oder glänzender Spieler? Ich habe Top-Spieler reingeschrieben. Ich habe sogar Silberverträge mitgenommen. Da kommt nichts. Armer Schlucker damals. Jetzt haben wir auch noch alles voll. Was machen wir denn jetzt? Ah, wir machen einfach... Der weiße Schrank war noch nicht da zu der Zeit. Nee, egal. Wer braucht Verträge? Bocchetti braucht... Ja, wir müssen mal damals auf meine alte Ruhm-Tour reagieren, ey. Freunde, Freunde, Freunde. Meint ihr, ich habe Clickbait gemacht, Leute? Meint ihr, ich habe damals schon Clickbait gemacht? Boah, guck mal, Boussoufa, da war mein Lettskill-Team. Stopp. Stopp, da war mein Lettskill-Team. Hier, Bocchetti. Wer kennt noch Bocchetti? David, Louis, Kabul. Boah, Jussi Lilly. Wer kennt noch Jussi Lilly? Jussi Lilly, Adeltarrap, Megidi, Assayidi, Lamborghini, Boussoufa, Masufa, Ademayor, Wallison. Boah, Digga, was für Spieler, ey. Wo wir was Gutes ziehen werden, hier, Boussoufa. Ich war da 19 Jahre alt. Damals noch eine Stimme wie ein kleiner Keck. Heute ist ein Grundsprecher. Ben, 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 Ben. Jussi Lilly, Jussi Lilly, Lili, Lili, Lili. Ja, Mann. Jussi Lilly, guck mal, ich kenne den Namen noch von dem. Und jetzt aktivieren wir, als haben wir unser, okay, unser... Oh mein Gott, ich glaube, jetzt kommt... Das heißt, wir können jetzt noch zwei Stücke... Ich glaube, jetzt kommt ein kranker Spieler, hört den Song. Whistle, Baby, Whistle, Baby. Nicht an eurer Stelle das Fenster öffnen, damit es noch wärmer. Einfach zu Hause chillen mit Klimaanlage oder Ventilator. Zu Hause mit Klimaanlage. Ich komme nicht mal Ventilator leisten. Ab ins Freibad. So, Oxlade Chamberlain. Komm wieder mit der Nase. So, komm. Komm schon. Wo bleibt der denn? Leute, ich habe keinen einzigen Cut in diesem Video gesetzt. Oh, Amaury, der guckt so sexy. Amaury, alter. Krank. Der war früher richtig gut gewesen im FIFA. Das ist doch schon mal etwas. Nee, auch die Verträge, die scheißen wir jetzt auf die Verträge. Hä, wo bleibt denn mein Neymar, alter? Ich schwöre, ich habe Clickbait gemacht. Wo bleibt der denn? Top-Spieler steht im Titel. Wenn jetzt kein Top-Spieler kommt, dann könnt ihr mich Clickbaiter nennen. Oh, ne Scheiß. Ademajor. Ademajor. Jetzt alles plus sechs fürs nächste Spiel. Okay, den Rest werden wir ablegen und kommen wir zu unserem letzten Pack. Top-Spieler war doch Dante als Ob. Niemals war Top-Spieler Dante. Wir haben 10.000 Münzen, 7.000 Quad, kostet das Ganze. Niemals war Dante der Top-Spieler, alter. Ey. Oh Gott, bitte, enttäusch mich nicht, bitte. Ich spiele einen Team of the Week oder einen Team of the Season-Spieler, komm schon. Ey, wenn Dante der Top-Spieler war. Vielleicht ziehe mal die Brille auf, vielleicht hilft das hier. Ja, Mann. Ich glaube, jetzt kommt Neymar sogar, ich habe die Brille. So, komm, letztes Pack. Was war das denn gerade von mir? Vielleicht hilft die Brille auf, vielleicht hilft das. Komm schon. Playboy-Style? Vielleicht ziehe mal die Brille auf, vielleicht hilft das hier. Sommer-Feeling und so, Playboy-Style. So, komm, letztes Pack, letztes Pack, Freunde. Letztes Pack. Und Ronald, naa, Neymar. F*** euch, Alter. Leg bis am Arsch, Alter. Neymar, Alter. Geht doch, Junge. Ich war ein Top-Spieler. Geht doch. Top-Spieler, ey, ich war ein Top-Spieler. Boah, da ging sogar mein Scheiß. Das war mein Schulturnister. Mein Abiturschulturnister. Komm. Und Ronald, naa, Neymar. Guck mal, mein Turnister. Da habe ich gedacht, scheiß auf Schule. Guck jetzt. Neymar, Alter, geht doch, Junge. Ich war ein Top-Spieler. Geht doch, Mann. Jetzt. Scheiß auf Schule, Alter. Hier. Geht doch, Alter. Scheiße, Junge. Neymar, Alter. Wenigstens. Warte mal, was hing denn da noch raus aus meinem Rucksack? Müssen wir mal analysieren. Ja, Mann. Geht doch, Alter. Oh, scheiße, Junge. Neymar, Alter. Wenigstens ein geiler Spieler. Neymar, Alter. Hammer, Leute. Jetzt können wir schön. Oi, oi, oi. Zumba, Neymar. Ach, ihr Neymar. Und dazu noch hier den Aslak. Slanski mit der Nase. Slanski, Junge. Geil, Alter. Flasche war da drin, ne? Neymar. Krank. Einfach Neymar. Hammer, Leute. Geil, ey. Endlich mal ein super Spieler. Boah. Geil, 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 ey. Hammer, geil. Heute niemals so ein Titel. Guck mal, was für ein Titel. FIFA 13, ultimative Live-Pack-Opening, Nummer 23. In Klammern die Facecam. Top-Spieler, Liga, BBVA, Tots, HD. HD, was für ein Titel, Digga. Heute wird da stehen, OMG Neymar im Pack. Alter. Telekom, meinst du, mach kein Auge. Leider kein Team of the Season oder Team of the Week. Aber dafür Neymar. Den habt ihr doch alle so vermisst, Freunde. Neymar, ey. Oh, Mann. Ich hab mich noch vermisst. Den habt ihr doch alle so vermisst, ey. Neymar, ey. Hammer, Alter. Hammer, geil, ey. Hammer. Hammer. Ich schwöre, dasselbe T-Shirt hab ich immer noch zu Hause. Ey, geil. Hammer. Das Video ist nicht mal HD, ne? Ich schwöre, das Video ist nicht mal HD. Geil, 720p steht nicht mal HD dabei. Und hier steht HD. Geil, ey. Ich wusste doch, das letzte Pack. Geil, ey. Wenn das ein Team of the Season Spieler, oh mein Gott, ich glaub der T-Shirt fliegt. Aber, boah. Ich bin einfach nur froh. Glücklich. Glücklich. Kann man nicht in Worte fassen. Kann man nicht in Worte fassen. Endlich mal einen guten Spieler, ey. Endlich, ey. Mal gucken, wie meine Verabschiedung war. Das war's doch auch vom Pack-Opening. Boah, letztes Pack. Aber überleg mal, im letzten Pack, oh mein Gott, da ist mein Let's Kill Team, Digga. Kommt immer zum Schluss, wie man so schön sagt, ey. Mein Let's Kill Team. Meine Güte. Hier ist er. Neymar, ganz rechts. Stell, 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 Stell. Neymar. Zumba Neymar. Ach ja, Neymar. Ganz rechts. Guck mal, diese Auswechselbank noch hier. Jadson. Jorge Enrique. Carlos Eduardo. Fetz Fafidis. Raphael Sobis und Carlos Alberto, Digga. Ei, ei, ei. Stell, 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 Stell. Neymar. Zumba Neymar. Wofür der Tots? Ei, ei, ei. Wir hatten doch Neymar, der war der Top-Spieler. Geile Freunde, geile. Top-Spieler. Neymar. Hammer, Freunde. Kabul und David Lewis. Ja, Mann, dieser Kabul stimmt, Alter. Diese Innenverteidigung. Diese Innenverteidigung. Das ist ein Pack-Opening. Diesmal hatten wir wenigstens mal einen geilen Spieler dabei. Nicht so wie bei der letzten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann am Freitag, wenn die Top-5-Tore der Woche kommen. Wünscht mir viel Glück bei der Mathe-Nachprüfung. Ich brauche eine 5-, aber irgendwie werde ich das schon schaffen. Ich brauche... Ey, wie geil. Wünscht mir Glück bei deiner Mathe-Nachprüfung. Ich brauche eine 5-. Ach, geil. Ich brauche eine 5-. Wie ernst auch noch? Wir sehen uns dann am Freitag, wenn die Top-5-Tore der Woche kommen. Wünscht mir viel Glück bei der Mathe-Nachprüfung. Ich brauche eine 5-, aber irgendwie werde ich das. Ich brauche eine 5-. Alter. Ich brauche eine 5-. Langes Freitag, mein Lieben. Haut rein und ciao. Zumba Neymar. Tschau.